Es ist das, was wir leider Gottes schon im Laufe des Nachmittags befürchtet haben. Das verlängerte Wohnzimmer der Deutschen ist abgesperrt. Wien fortan gibt es eine Reisewarnung, kein Reiseverbot, aber Deutschland dreht davon ab, nach Österreich zu fahren. Wer es dennoch tut und nach Wien kommt, der muss einen negativen Corona-Test absolviert haben oder 14 Tage in Quarantäne gehen. Im Laufe des Tages haben die drei wichtigen Ministerien in Deutschland, nämlich das Innen-, Außen- und Gesundheitsministerium entschieden, jawohl, es muss zu dieser Reisewarnung kommen. Man ist damit auch dem Beispiel gefolgt der Schweiz und das Robert-Koch-Institut hat Wien ebenso wie viele andere Städte, beispielsweise Budapest ist dazugekommen, La Réunion, das zu Frankreich gehört, einige Regionen in Holland etc. etc. hier auch dazu mit aufgenommen auf diese Liste. Belgien hat ja Ähnliches auch schon gemacht. Das heißt, für deutsche Urlauber in Wien werden es sehr schwierige Wochen, wenn sie hierher kommen wollen. 37 Prozent aller Touristen im Jahr 2019 in diesem Rekordjahr, was den Tourismus betroffen hat, waren ja deutsche Urlaubsgäste. Die werden in Wien jetzt fehlen und vor allem für den Tourismus wird das eine ganz, ganz schwere Zeit. Wir haben ja gestern schon vom Hotel Sacher berichtet, aber viele andere Hotels in Wien wird das jetzt auch treffen. Und hoffentlich ist das nicht der Todesstoß auch für die Hotellerie, denn die deutschen Urlaubsgäste, die werden jetzt mit dieser Reisewarnung wohl ausbleiben. Und dann geht's. Und dann geht's.